über das andere geht auch nicht ich weiß nicht wie ich das jetzt einloggen sollen ich keine ahnung weiß ich jetzt nicht ich habe eigentlich gedacht dass es selbe passwort ist wie hier aber es ist wahrscheinlich jetzt anders nicht egal ist halt so ich könnte mich über das tablet mal einloggen versuchen da müsste ich mal das sagt im video shop irgendwas machen jetzt gehe ich erst mal auf das da so dauert bis schon jetzt ist nicht schon jetzt heute ja alter und so spaniel da so dass das das ist mir halt das fand die muss kurz gucken muss kurz gucken oder was das ist für ihn nicht so viel mit nämlich oder sitzt die hier menschen m wie war das jetzt noch mal ich muss immer kurz ich muss noch ich muss noch verstehe ich nicht das ist jetzt jetzt wenn das nicht die ist es ist vielleicht wie vielleicht nicht immer groß junge mal zack vielleicht ist die ich habe keine ahnung oder aber ich würde wissen was man damit machen kann so jetzt gehe ich ihnen das mal ein und das ist richtig nicht gespannt was was ist denn jetzt das hier meine meine fesseln ist immer die scheiß werbung meine die ist so ätzend warte mal ich gebe jetzt mal ein guck das ist doch so doof ne die ist es schon mal nicht oder ne hm was macht er jetzt eigentlich Junge was machst du jetzt eigentlich du sollst die seite hä Junge bist du so doof Alter bist du so doof jetzt muss ich kurz sagen war das vielleicht die macht er das jetzt oh äh macht er das jetzt zack zack ne und dann vielleicht eine andere das vielleicht zack 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 bam bam ja ah du bist doch so doof Junge du bist doch so dämlich Alter manchmal frage mich echt also manchmal ist die Steuerung echt gucky keine ahnung warum so jetzt ist es aber hier nicht bio bio hm 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 warte mal noch hm 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 was war das noch mal für eine e-mail-interesse müsste eigentlich die gewesen sein oder die ich glaube die hier war das ich überlege gerade mein kopf geht gerade sinnliche e-mails durch dann vielleicht das so ne ich jetzt nicht das ist aber komisch das hier nö denn die andere vielleicht nö nö n n es geht hier total durcheinander nö 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 tja ersten zehnten da nee das ist das okay nee das ist der da muss ich ja bei der oben sein ist aber komisch ich weiß die E-Mail interessiert nicht mehr aber eigentlich muss das das Passwort sein weil das ist ja auch für den für den Server das verschiebt eigentlich schon muss ich jetzt mal gucken oder mal das ist ja Blub jetzt gebe ich hier das mal ein vielleicht finde ich das nicht ja jetzt sucht er das wieder her das habe ich gleich gesehen das ist ja bescheuert ne nicht Bio ist da doof nicht Bio ich such kein Bio oder ich such Bio vielleicht nur das Bär nö nö das ist die nö 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 k nö 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 Hä? Dann lassen wir es so... Okay. Da war es bestimmt drin. Ich gebe jetzt einfach mal hier Dings ein. Hm. Was macht der eigentlich nicht? Jetzt frage ich mich. Hm. Ist doch so dämlich. Der soll hier anpflanzen. Dann ist der mit dir nicht in Ordnung. Hm. 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 Dann möchte ich jetzt mal hier an. Ja. Hm. Ach. Nee, das ist der. Das ist ja komisch. Halt. Das ist ja seltsam. Jetzt gebe ich mal das hier ein. Hm. Hm. Tschür. Ich dachte eigentlich, das ist für alle gedacht. Ich habe keine Ahnung Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich habe jetzt geguckt hier. Ist doch doof. Also Örchen hier. Verstehe ich das gerade nicht. Aber das ist doch dasselbe. Passt. Hm. Warte mal. Ich versuch das jetzt mal. Warte mal kurz. Ich versuch das jetzt mal kurz.